Ja, grüß euch Gott, liebe Freunde. Warum so förmlich, wenn es auch persönlich geht? Ich möchte euch herzlich einladen, mich auf meine Stadtspaziergänge zu begleiten. Dabei geht es um Kunst, Kultur und vor allem um die Geschichten hinter der Geschichte. Vor allem interessieren mich natürlich die Begebenheiten und die Orte, an denen die meisten ja nur achtlos vorbeiregnen. Denn Schloss Schönbrunn, Stephansdom oder die Hofreitschule, die kennt ihr bestimmt eh zu Genüge. Ich möchte euch eher an die geheimen Orte führen. Und da bin ich mir ebenfalls sicher, lustige Situationen ergeben sich da bestimmt auch. Denn die Musik, der Humor und der Wein, die kommen bestimmt nicht zu kurz. Denn trocken ist es bei mir noch nie gewesen.